Hallo, willkommen bei The Nosey Rosie am Freitag mit einer auf der Couch liegenden Dummi. Ich grüße euch. Ja, wie ihr schon auch bei den anderen Videos mitbekommen habt, dreht sich diese Woche alles um die erwarteten 1000, ne? Ich meine, 1000 Abonnenten, wow. Man muss sich, das ist wirklich eine Zahl, die auch wirklich zelebriert werden muss. Ich meine, 1000, 1000, 1000 Abonnenten, Wahnsinn, sehr schön. Ja, also, und auch ich habe diese Woche was vorbereitet. Ich habe, ja, eigentlich auch keine besonderen Talente, aber ich habe früher, ja, früher, ich habe mal gerappt und mache das jetzt gelingendlich auch noch. Und deswegen habe ich für euch am Ende des Videos noch einen kleinen 16-teiligen Rap für euch gemacht, was kurzes, knackiges. Ja, also ich hoffe, es gefällt euch. Und auch ich habe diese Woche was zu verlosen. Wie ihr mitbekommen habt, ähm, Entschuldigung, äh, kratz im Hals, haben die meisten von uns Buttons. Ich auch. Erstmal Dankeschön an Cassandra. Sie hat mir die nämlich zugeschickt. Aber ich verlose nicht nur ein Button, Button, sondern zwei. Zwei Buttons. Zwei, 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 zwei. Also einmal hier Nosi, Nosi und ein Regenbogenbutton. Also ich finde, das ist, äh, sowieso das Homo-Accessoire schlechthin. Also, ich verlose fünfmal zwei Buttons diese Woche. Und die könnt ihr gewinnen, wenn ihr erst mal Abonnenten seid. Und zusätzlich müsst ihr noch, ähm, ja, einen Kommentar schreiben. Und zwar möchte ich von euch wissen, von den ganzen Videos, was wir bisher gemacht haben. Ich glaube, es sind momentan knapp über 140. Ich habe jetzt gerade keine Zeit im Kopf. So, über 140. Und ihr schreibt mir drunter, welches euer Lieblingsvideo ist. Das ist egal, ob es von mir ist, von irgendjemand anderen oder auch von einem der ehemaligen NosiRosies. Schreibt mir einfach drunter, welches Video ihr am liebsten magt, mögt, lieb, lieb habt, welches Video ihr lieb habt. Also, welches euch am meisten gefällt. Und ich werde dann also, ich werde dann halt auslosen, wer diese 5, 5 mal 2, wer diese Buttons bekommt. Ne? Also, schreibt mir einfach drunter, welches euch am meisten gefällt. Ähm, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch eine Aufgabe stellen. Aber, hauptsächlich bei der Verlosung müsst ihr einfach mir schreiben, welches euer Lieblingsvideo ist, was mich natürlich brennend interessiert. so, ja, 1000. Schön. Ich freu mich. Ja. So, ich hatte eigentlich ein One-Shot-Video gedreht, aber irgendwie gab es danach irgendwelche Bildstörungen. Uh, ich muss das Ende nochmal drehen. Also, das war auch das, das war auch das Ende. So, 1000 Abonnenten, ich find's schön, ich freu mich. Und, ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Und, äh, was ich noch zu den anderen Videos sagen wollte, Mädels, das habt ihr echt klasse gemacht, wirklich. Daumen hoch an euch. Ja, und, jetzt, das war's von mir. Wenn ihr wollt, könnt ihr wieder einschalten. Wenn ihr jetzt gleich am Ende des Videos kommt der kleine Rap. Also, ich wünsche euch was, ihr Lieben. Mua! Ciao! Ja, ja, wir wollen 1000 Abonnenten in der nächsten Zeit. Wenn es so weit ist, sagen wir euch Bescheid. Seid mir viele neue Themen bereit. Und wem es nicht gefällt, der tut mir sehr leid. Wir sind Jen, Thomas, Laura, Mina und Jana. Dunien, die Woche fängt an mit Cassandra. Zu jedem Thema geben wir unsere Meinung kund. Sex Statements, Gabi, Rosi sind sehr bunt. Buttons werd ich auch an euch verlosen, als mit unserem Logo und einem Regenbogen. Das ist mein Ernst, dann ist das nicht gelogen, denn ich denke nüchtern und nehm keine Drogen. Den Rap widmen ich allen Zuschauern und auch dir. Das bekommst du nur bei den Nosy Rosy hier. Ja, sechste Zeilen, ja, das wär's erstmal von mir. Gefällt dir, was du siehst dann los? Abonnier, 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 abonnier. Yeah. Let's talk on YouTube. Ja. 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 Vielen Dank.